Kofa auf dem Sofa, der Podcast mit Sibylle Stimpler und Jens Breuer. Heute ist der 14. Februar, das nur kurz zur Erinnerung, nicht, dass Sie nachher Ärger zu Hause bekommen. Hier ist Kofa auf dem Sofa am Valentinstag. Hallo Sibylle. Hallo Jens, ich grüße dich ja sehr gut. Danke auch dir für die Erinnerung. Kommt zur rechten Zeit, sage ich mal. Schnell nochmal los. Heute wird es bei uns allerdings nicht um Blumen oder ähnliches gehen. Denn trotzdem haben wir den bunten Blumenstrauß an Themen für Sie vorbereitet. Im Mittelpunkt soll hier nämlich ein ganz wichtiges Thema wieder einmal stehen und zwar das Alter. Denn wir werden ja immer älter, zum Glück, Gott sei Dank. Und damit aber auch die Zahl derer, die später einmal einen Pflegeplatz benötigen werden. Jetzt ist das Ganze allerdings mit einem kleinen oder auch etwas größeren Problem verbunden. Denn es fehlen die Pflegerinnen und Pfleger dafür. Qualifizierte Pflegekräfte sind sogar in den Top 3 der Berufe mit der größten Fachkräftelücke. Ja, die Fachkräftelücke ist tatsächlich nur bei den Bauelektrikern und Bauelektrikerinnen natürlich größer. Ja, und deshalb haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns ganz viel aus der Praxis berichten kann, wie das denn gelingen kann, Pflegekräfte zu finden und auch an das Unternehmen zu binden. Und unser Gast heute, das ist Bernd Trost von Franziska-Chevillers in Jornheim in Frankfurt. Hallo Herr Trost. Hallo. Schön, dass Sie mit dabei sind. Also ich muss vielleicht mal vorweg schicken, dass das weiß, Frau Stüppler weiß das noch gar nicht. Sibylle, ich habe während meiner Zeit vor dem Abi, 12. 13. Klasse, habe ich tatsächlich als Pflegehelfer in einem Altenheim gearbeitet. Damals war der Job des Pflegers und der Pflegerin noch ziemlich schlecht bezahlt, könnte man sagen. Da hat man das eher aus so einer Berufung heraus gemacht. Wie ist denn das heute? Ist das immer noch so? Wie war das bei Ihnen? Ja gut, bei mir war der Zugang etwas ein anderer. Ich bin Kaufmann von Hof und habe mich halt für eine Leitungsposition entschieden. Insofern nicht unmittelbar für die Pflege. Ich habe auch kein Praktikum, wie Sie in der Pflege mal gemacht während der Schule. Aber es ist schön, dass wir unter Fachleuten reden. Also ich habe kein Praktikum gemacht. Entschuldigung, ich habe zwei Jahre tatsächlich dort gearbeitet. Umso schöner. Gut, was heißt Berufung? Ja, ich merke schon, dass die Leute, die sich für einen Pflegeberuf interessieren, die zu uns kommen und die, die auch in die Ausbildung gehen. Also ich glaube, da ist schon zu spüren, es gibt da andere Grundmotivationen, wie zum Beispiel die Entscheidung, Kaufmann im Einzelhandelsgewerbe zu lernen. Zu der Entscheidung gehört schon auch dazu ein Interesse am Menschen, eine empathische Grundhaltung und so dieses, der Wille an den Menschen etwas Gutes tun zu wollen. Das ist schon spürbar, dass bei jungen Leuten, die zu uns kommen und auch bei welchen, die gar nicht mehr so jung sind und sich so als Spätberufende für den Pflegeberuf entscheiden, dass das Grundmotivationen sind, die da eine große Rolle spielen. Ob man das nun Berufung nennt oder ein Paket von Items im Berufungs- oder im Motivationsprofil, das ist semantisch. Jetzt habe ich eben den demografischen Wandel schon angesprochen, die Zahl der Fachkräfte, die da in dem Bereich benötigt werden, die wird steigen. Das ist ganz wichtig, die Fachkräfte, die man schon hat, zu halten, nicht nur neu zu gewinnen, sondern vor allem auch die, die man hat, zu behalten und an das Unternehmen zu binden. Das ist die Frage, mit der wir uns heute so ein bisschen beschäftigen wollen und gibt es darauf eine schnelle Antwort oder ist das etwas, wo wir weiter ausfüllen, holen müssen nachher noch? Ja, ich glaube schon, Herr Breuer, da müssen wir weiter ausfüllen. Eine schnelle Antwort gibt es dazu nicht oder würde sich so anhören, als ob hier irgendwo jemand sitzt, der sagt, der Rest der Welt, der rafft das nicht. Nee, es ist eine komplizierte Gemengelage, in der wir uns befinden, die keine schnellen Antworten, sondern ja ein differenziertes Hinschauen und teilweise auch mikroinvasive Maßnahmen erfordert, um voranzukommen. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Was für Maßnahmen sind das so? Gibt es da auch vielleicht was Neues, was Sie eingeführt haben im Seniorenheim? Was fällt Ihnen als erstes ein? Ja, der Valentinstag, von dem wir gerade vorhin schon gesprochen haben, fällt mir da ein. Also wir betreiben seit zwei Jahren so etwas wie Mitarbeiterbindung per Teebeutel, so eine mikroinvasive Maßnahme. Bei uns ist gerade die Kolleginnen am Empfang, haben es gerade fertig zusammengebastelt. Da stehen nette Karten mit einem netten Gruß zum Valentinstag und einem Beutelchen Tee darauf, dass eben wir allen Mitarbeitenden in der Pflege am Valentinstag schenken werden. Genauso wie wir das im Sommer und zum Winter mit Hustentee und dergleichen machen. Also ich erzähle das so als Beispiel für den Bereich, der mir am wichtigsten erscheint, Kulturbildung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wir können Mitarbeitende finden und binden, wenn wir eine Unternehmens- oder Einrichtungskultur haben, die sich rund spricht, wo Mitarbeitende sich einfach beheimatet fühlen können, wo Vergemeinschaftung stattfindet, wo Menschen ernst genommen werden, Freiräume auch angeboten werden, sich zu entwickeln oder auch mitzugestalten, wie die Arbeitsbedingungen sind. Diese ganzen Faktoren spielen also mit Sicherheit eine deutlich höhere Rolle, als Sie sagten das vorhin, Herr Breuer, damals war die Pflege noch nicht so bezahlt. Das hat sich Gottlob geändert. Aber das Kriegsentscheidende oder das zentrale Thema ist nicht zwingend die Frage der Vergütung, sondern die Frage der Arbeitsbedingungen und der Kultur, in die man hereinkommt. Kann ich mich da wohlfühlen? Bin ich da angenommen? Egal, wo ich herkomme, egal, welche Hautfarbe ich habe, egal, wie ich orientiert bin, werde ich hier in meinen Kompetenzen ernst genommen und werde ich hier gefördert. Wenn uns das gelingt, glaube ich, dann haben wir gute Karten in einem Verdrängungswettbewerb, auf dem wir uns hier auf dem Arbeitsmarkt bewegen, auch für die Zukunft eine auskömmliche Ausstattung mit Personal generieren zu können. Es gibt ja nur ganz wenige Berufe, die so relevant sind für die gesamte Gesellschaft, für alle hier von uns, wie die Pflegerinnen und Pfleger. Da sind Sie ja nur als Hausleiter eines Seniorenheims ganz direkt mit betroffen und erleben das jeden Tag hautnah. Wie machen sich denn die Auswirkungen des Fachkräftemangels bei Ihnen im Haus bemerkbar? Sie haben gesagt, Sie haben da viele Ideen, Sie wissen, worauf es ankommt. Sind Sie trotzdem mit diesem Mangel konfrontiert? Bedingt. Also die Frage ist, ab wann reden wir von Mangel? Und ich glaube, wenn ich jetzt für mein Haus hier rede und so die Situation darstelle, dann sind wir da von Mangel weit entfernt. Wir haben eine Fachkräfteausstattung von weit über 50 Prozent im Jahresschnitt und auch aktuell. Wir haben eine niedrige Fluktuation und wir haben ja letztlich eine Stellenbesetzungsquote, die um die 100 Prozent pendelt. Also da sind auch mal 98 Prozent der Stellen nur besetzt, weil gerade jemand gegangen ist oder eine Frau in Mutterschutz gegangen ist. Wir haben, und das ist die andere Seite, einen hohen Stand an Auszubildenden. Wir haben insgesamt im Moment 17 Auszubildende in der Pflege. Und da, glaube ich, schließt sich so der Kreis. Ausbildung und Mitarbeiterförderung sind so die zwei Erfolgsfaktoren einfach zu so einer Situation, wie ich sie gerade dargestellt habe. Sie hatten eben noch eine dritte Stellschraube angesprochen. Das war das Mitgestalten der Arbeitsbedingungen. Wenn man jetzt mal sich so anguckt, die Struktur in der Branche, Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, dann sind 80 Prozent der Beschäftigten weiblich und 50 Prozent in Teilzeit beschäftigt. Wie machen Sie das ganz konkret, wenn es um Schichtpläne geht, darum auch vielleicht Zeiten abzudecken, die möglicherweise für Teilzeitkräfte nicht so attraktiv sind? Also wir versuchen zum einen, möglichst wenig Teilzeitarbeitsplätze anzubieten und bieten erstmal jedem eine volle Stelle an. Letztlich auch vor dem Hintergrund, dass wir hier im Rhein-Main-Gebiet kein Interesse daran haben, prekäre Arbeitsverhältnisse zu begründen. Und wenn wer hier im Rhein-Main-Gebiet lebt und seine Miete und seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, der ist auch darauf angewiesen, ein ordentliches Einkommen zu haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dort wo Mitarbeitende sagen, ich will nicht auf eine volle Stelle, sondern in Teilzeit, ist das häufig in Bezug auf die Situation, die sie gerade ansprechen. Das sind häufig Frauen, die noch Kinder haben, die auch die Kinderbetreuung, Erziehung organisiert bekommen müssen und die einfach keine Chance haben, weil die Rahmenbedingungen nicht passen, auf einer vollen Stelle in der Pflege zu arbeiten. Hier versuchen wir, soweit das möglich ist, über angepasste Schichtzeiten Angebote zu machen. Das wird auch von den Teams mitgetragen, wenn eine Kollegin da ist, die eben nicht morgens um sieben Uhr zum Frühdienst schon auf der Matte steht oder die nicht einen Spätdienst bis halb neun Uhr abends machen kann, sondern die dann einen Zwischendienst macht und in den Spitzenbelastungszeiten halt entlastend dabei ist. Wir haben vorhin schon ganz kurz über das Thema Zufriedenheit mit der Arbeit und das ja im Prinzip die Berufung sozusagen gesprochen. Wenn ich mich so an meine Zeit zurückerinnere, das ist jetzt zugegebenermaßen 20, über 20 Jahre ist das her. Aber ich hatte immer im Kopf so, man hat eigentlich im Grunde genommen keine Zeit für die Menschen, die man da betreut. Da bringt man denen Essen, man wäscht sie, da müssen Medikamente gegeben werden. Das ganze Pflichtprogramm, was nur eben irgendwie so ein bisschen auf der Strecke blieb und wo man damals ein bisschen froh war, dass ich als Jugendspund da reingekommen bin, ist, dass man mal jemanden hatte, der mit denen auch mal rausgegangen ist, dass die mal ein bisschen auch jemand zum Reden hatten oder Spielerunden und all solche Geschichten. Die bleiben ja alle auf der Strecke mehr oder weniger. Ziemlich traurig eigentlich. Ist das immer noch so, beziehungsweise also eigentlich die Frage, die dahinter steht, was bedeutet das denn sozusagen für die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Weil eigentlich sieht man das ja schon, wenn es denn noch so ist und möchte sich da persönlich auch mehr engagieren und einbringen. Und trotzdem hat man die Zeit immer am Nacken. Ja, also zum einen, was sich geändert hat in den letzten 20 Jahren, ist, dass in den Einrichtungen ja einfach neue Berufsbilder und neue Stellen eingezogen sind. Wir haben seit einigen Jahren die sogenannten Alltagsbetreuer oder Betreuungsassistenten, die zur Verfügung stehen und die genau in diesen Tätigkeiten eingesetzt sind, von denen Sie gerade gesprochen haben. Die eben Zeit schenken können, die spazieren gehen können, die Menschen ärgere, dass sie nicht spielen und, und, und. Wir legen großen Wert drauf, über die Betreuungsassistenten hinaus auch qualifizierte Betreuung, sprich Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen im Haus zu beschäftigen, um Menschen auch in Krisensituationen, belastenden Situationen begleiten zu können. Wir haben darüber hinaus auch eine Stelle umgewidmet und beschäftigen eine Mitarbeiterin in der Seelsorge. Das sind alles Instrumente, die eben nicht nur den Bewohnern zur Verfügung stehen, sondern das sind alles Qualitäten und Kompetenzen, die eben auch den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. Was diesen Stationsalltag, wie man das so plakativ immer wieder nennt, so dieses Im-Hamster-Rad-Rennen betrifft, da muss ich sagen, da haben wir uns sehr, sehr lange und sehr viele Gedanken über viele Jahre gemacht und sind irgendwann darauf gekommen, dass da auch einiges dran zu ändern ist. Es muss gar nicht so sein, dass die Mitarbeitenden wie die Hasen über die Flure flitzen, indem man die Tagesabläufe der Bewohner, und das ist ja auf der anderen Seite eigentlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir die Tagesabläufe der Bewohner viel, viel stärker als das früher war, individualisieren. Nicht jeder Mensch hat doch, nur weil er ins Pflegeheim gekommen ist, das Interesse morgens, keine Ahnung, um halb sieben aus dem Bett geschmissen und gewaschen zu werden. Und um 17.30 Uhr wieder rein. Und um 17.30 Uhr ist der Tag vorbei oder so. Und wenn das so läuft in der Einrichtung, dann haben wir natürlich gigantische Belastungsspitzen und dann haben wir so eine Art industrialisierte Pflege. Erst wird die Grundpflege gemacht und dann die Medikamente und dann die Insuline. Und abends werden dann die Inko-Unterlagen und Einlagen so in Reihe verteilt oder so. Das haben wir völlig aufgebrochen. Wir haben individualisierte Tagesabläufe für unsere Bewohnenden in unserer Einrichtung. Und daraus resultiert auch einfach, dass die Arbeitsbelastung für die Mitarbeitenden sich über den Tag verteilt. Wir haben eben Bewohner, die auch gerne, keine Ahnung, bis um neun im Bett liegen bleiben wollen, weil die einen sagen, das habe ich immer so gemacht oder andere sagen, ich muss mein Leben lang morgens um vier oder fünf Uhr aufstehen. Jetzt will ich endlich meine Ruhe haben. Und die Zeiten, auch da sage ich Gottlob, die Zeiten, wo für Menschen um 17.30 Uhr der Tag vorbei war, die sind nun wirklich lange vorbei. Wir haben ja ganz anderes Alltagsverhalten. Wir ziehen, ich sagte vorhin, unser Spätdienst geht bis halb neun Uhr abends und das heißt auch nicht, dass um halb neun Uhr alle dann in ihren Zimmern verschwunden sein müssen, sondern dann kommt ein Nachtdienst und der ist ja auch noch zur Verfügung und ist nicht Nachtwichter, sondern Fachkraft und ist entsprechend in der Pflege drin. Also das heißt, wir verteilen die Arbeitsbelastung über einen ganzen Tag. Wir haben natürlich den Vorteil, was ich vorhin gesagt habe, bei einer relativ hohen Fachkraftquote und dem momentanen Situation, dass unsere Stellen auch komplett besetzt sind, dass eben auch genügend Personal in der Einrichtung ist. Das ist ja so immer so eine Frage, an welcher Stelle dreht das Schwungrad an, aber wenn man das erstmal in Bewegung hat, man hat genügend Personal im System, was zu einer entspannten, zufriedenen Situation für die Mitarbeitenden führt, was dann natürlich auch für die Bewohnenden zu einer entspannten und zufriedenstellenden Situation führt. Und das Ganze führt natürlich auch wieder dazu, dass für jemanden, der sich dafür interessiert zu wechseln oder die Ausbildung zu machen, so eine Einrichtung einfach vermittelt, hier kannst du gut arbeiten und läufst eben nicht permanent mit heraushängender Zunge darum. Nun ist es so, dass in den letzten Jahren ja die Anzahl der Pflegekräfte gestiegen ist, auch stärker als die Anzahl der Beschäftigten in anderen Berufen, aber das schwächt sich langsam ab. Und wenn wir auf die Demografie schauen, haben wir ja einfach etwas weniger Menschen, viel weniger Menschen, die in den nächsten Jahren in Lohn und Brot kommen, als die, die den Arbeitsmarkt verlassen werden. Sehen Sie Potenziale noch in technischen Hilfsmitteln oder auch in Digitalisierung, die es vielleicht absehbar möglich machen, dass Pflegefachkräfte sich auf bestimmte Tätigkeiten konzentrieren, aber auch die Digitalisierung, die Automatisierung, sage ich jetzt mal, ein Stück weit die Lücken schließt? Wir stehen natürlich in der Pflege in einem Dilemma im Vergleich zur Industrie oder auch zur Dienstleistungsbranche im Bereich der Banken oder dergleichen. Wir können nur bedingt Produktivitätszugewinne durch Technik erreichen. Letztlich haben wir immer einen Menschen, der einer Betreuung und Pflege bedarf und einer Zuwendung, die nur bedingt durch Technik ersetzt werden kann. Wir haben in den letzten Jahren technisch sehr, sehr viel aufgerüstet. Es gibt heute schon viele Dinge, also ich sage mal, das fängt einfach daran an, dass eine Pflegedokumentation nicht mehr irgendwie auf Standardmappen geschrieben wird, sondern dass die Mitarbeitenden da natürlich mit einem Computersystem arbeiten. Da kommt dazu, dass wir Systeme zum Einsatz bringen, dass wir die Lagerung von Bewohnern überwachen und unterstützen können durch Technik und vieles, vieles andere. Aber dennoch werden wir nie dahin kommen, wie Tesla in seiner Riesenfabrik in Brandenburg, die eine Dunkelhalle gebaut haben, weil sie kein Licht brauchen, da die Fahrzeuge dort von Robotern gebaut werden. Es wäre ja auch eine schaurige Vorstellung, wenn wir die Robotisierung und Technisierung der Pflege so weit führen würden. Da gibt es Möglichkeiten bedingt, aber das wird nicht das Problem lösen. Wir müssen uns vielmehr dem stellen, wir haben nicht nur ein Pflegefachkraftproblem in Deutschland, sondern wir haben ein Arbeitskräfteproblem in Deutschland, das ja seit langem auch eigentlich alle Branchen ergriffen hat. Und da ist es an uns nicht den Kopf zu senken und zu sagen, wir kriegen das nicht hin in der Pflege und deshalb haben wir so wenig Leute, sondern wir müssen auch mal objektiv drauf schauen, wo stehen wir im Vergleich zum Gesamten des Arbeitsmarktes in Deutschland. Und da gibt es, wie ich finde, auch inzwischen einige, so einige Eckdaten, die durchaus auch noch nicht zeigen, dass wir die Krise gelöst haben, aber die zumindest zeigen, dass die Pflege sich ganz gut schlägt. Also wenn man überlegt, dass in 2022 unter knapp 470.000 Berufsanfängern oder neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Bereich der Handwerkskammern und der Industrie- und Handelskammern, denen immerhin 52.000 neue Verträge in der Pflege gegenüberstanden. Also das heißt, die Gesamtheit der deutschen Wirtschaft im Vergleich zur Pflege, dann ist das im Verhältnis von etwas weniger wie 10 zu 1 schon eine sehr erfolgreiche Geschichte. Oder wenn in ganz Deutschland nur 22.000 Leute neu anfangen, Einzelhandelskaufmann zu lernen, aber zweieinhalb Mal so viele in die Pflege gehen. Also es ist uns gelungen, die Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern. Und die Zukunft heißt auch, in einem harten Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt weiter daran zu arbeiten, die Attraktivität des Berufsbildes zu steigern. Jetzt haben Sie Tesla eben schon angesprochen und die Dunkelhalle und alle diese schaurigen Vorstellungen, die wir da pflegen und wirklich gar nicht sehen wollen. Trotzdem träumen vielleicht mehr junge Menschen davon, zu Tesla zu gehen als in die Pflege. Das möchte ich jetzt einfach mal unterstellen, auch wenn die Zahlen nicht so schlecht sind. Was sind denn so die schlagenden Argumente aus Ihrer Sicht, warum junge Menschen über eine Ausbildung in der Pflege nachdenken sollten? Wir haben durch die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung, haben wir in der Pflege, wie ich meine, ein hochattraktives Berufsbild entwickelt. Die Vorstellung, die nach wie vor, glaube ich, in den Köpfen drin ist, ist ja so irgendwie die, du lernst Pflege und den Rest deines Lebens schläfst du irgendwo am Bett und hast Grundpflege zu machen. Ich glaube, das muss uns gelingen zu vermitteln, dass wir da drüber sind, dass die Situation heute eine andere ist. Wir haben eine generalistische Ausbildung, die wirklich Pflegefachleute ausbildet. Eine Ausbildung, die auf eine permanente und weitergehende Spezialisierung und Spezifizierung hin ausgerichtet ist. Das sind hochkompetente Fachleute, die mit Ärzten und Kliniken auf Augenhöhe kommunizieren, die immer komplexere Pflegesituationen bewältigen. Denn der medizinische Fortschritt führt hier auch mit sich, dass auch Pflege sich permanent verändert. Wir pflegen heute in der stationären Langzeitpflege. Ihr hart gesagt, Menschen, die vor 20 Jahren noch einfach an ihren Leiden gestorben werden und denen man heute auch ein würdiges Leben, auch mit all den Instrumentarien und medizinischen Möglichkeiten ein schmerzfreies Leben gewährleisten kann. Daran teilzuhaben, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, auch der sich weiterentwickelnden Wissenschaft, in der Pflege, in einem hochkomplexen Arbeitsbereich tätig zu werden, finde ich hochattraktiv. Inklusiv auch der akademisierten Pflegeausbildung, die ja so ein bisschen noch in Deutschland Startschwierigkeiten hat und die hoffentlich jetzt mit dem geänderten Gesetz zur akademisierten Pflegeberufsausbildung Fahrt aufnehmen wird. Pflege ist eben nicht die Einbahnstraße, sondern ist ein Beruf, in dem es wie in wie vielen anderen die Möglichkeiten einer Entwicklung gibt. Ich kann mich in Richtung Führungsposition weiterentwickeln. Ich kann mich fachlich weiterentwickeln. Ich kann mich spezialisieren. Also ein ganz, ganz breites Feld. Und ich finde es so schade, dass diese Breite des Berufsbildes, dass die irgendwo in der Öffentlichkeit und auch gerade bei Menschen, die dabei sind zu überlegen, welchen Beruf will ich lernen, noch nicht so, wie es dem Beruf eigentlich entsprechen würde, angekommen sind. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie immer auf dem Stand bleiben wollen, was das Thema Fachkräftesicherung angeht, in der Pflege und natürlich auch in allen anderen Bereichen, dann folgen Sie uns doch einfach. Das Kofa finden Sie auf Instagram, bei LinkedIn und auch auf Facebook. Dort gibt es fünf Tage in der Woche die wichtigsten Themen und Neuigkeiten. Suchen Sie da einfach mal nach Kofa. Ja, es ist jetzt kein Geheimnis. Alt werden, das ist nicht immer schön. Deutlich schöner ist es allerdings, wenn es jemanden gibt, der sich um einen kümmert, wenn es bei einem selbst nicht mehr so geht. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist ein riesiges Problem. Gerade deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass man die Fachkräfte, die man hat, auch behält und im besten Fall noch neue dazugewinnt. Und Bernd Trost, der hat jetzt noch mal drei Tipps für Sie, wie Sie das am besten hinbekommen. Ja, erster Tipp, in einem harten Verdrängungsarbeitsmarkt spielen softe Faktoren der Mitarbeitergewinnung und Bindung, also Kultur, Integration etc., eine zentrale Rolle. Schauen Sie, wie Ihre Unternehmenskultur aufgestellt ist und was Sie da tun. Zweiter Tipp, Ausbildung ist kriegsentscheidend. Ausbildung ist existenziell. Wer sich darauf verlässt, dass die anderen ausbilden, der wird in Zukunft große Personalprobleme haben. Ein quantitativ und qualitativ hohes Engagement in der Ausbildung ist ein absoluter Erfolgsfaktor, inklusive auch der Verfügbarkeit von Praxisanleitenden und Weiterbildungen. Dritter großer Tipp, bieten Sie Ihren Mitarbeitenden in Pflege und Betreuung jegliche Formen von Entwicklungsmöglichkeiten. Machen Sie individuelle Personalentwicklungsplanung mit Ihren Leuten. Beteiligen Sie Ihre Mitarbeitenden an innovativen Projekten zur Weiterentwicklung in der Pflege. Suchen Sie Kontakt zu Hochschulen und Instituten, um neue Impulse für Ihre Einrichtung zu bekommen. Und schauen Sie vor allen Dingen darauf, dass es Ihnen gelingt, Kontinuität in der Führung zu haben. Denn nur gut ausgebildete und gut begleitete Führungskräfte, die gemeinsame Gestaltungsverantwortung tragen, sind diejenigen, denen es gelingt, Kultur, Ausbildung und Entwicklung einer Einrichtung nachhaltig zu sichern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt auch für mich nochmal interessant, Herr Trost. Wie gesagt, bei mir ist es über 20 Jahre her und zu hören, was sich jetzt alles auch zum Guten gewendet hat in der Pflege. Mir hat es damals schon gefallen, aber ich glaube, mir hätte es heute noch besser gefallen. Ja, also wenn Sie sich mal verändern wollen, kommen Sie zu uns. Ja, dann werde ich beim Franziska-Chevier-Seniorenzentrum in Frankfurt klopfen und sagen, Herr Trost. Auf jeden Fall. Hier bin ich. Auf jeden Fall ein Plätzchen für Sie. Sehr schön. Ganz großen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ich danke Ihnen. Ja, und ich glaube auch von Ihren Tipps können nicht nur Pflegeeinrichtungen profitieren. Da ist ganz viel dabei, was für viele Unternehmen ein großer Schritt, ein großer Gewinn wäre. Also von mir auch ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Trost. Es hat Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Die nächste Folge von Kofa auf dem Sofa wird es Mitte März geben. Am 13.03. werden wir einen Blick in die Glaskugel werfen. Wir werden mal eine kleine Prognose wagen und uns anschauen, wie der Fachkräftemangel in fünf Jahren aussehen könnte. Ja, und unser Gast ist aber zum Glück kein Wahrsager, sondern mein geschätzter Kollege Alexander Burstede. Der hat nämlich gerechnet und der kann das richtig gut. Und ich glaube, da kriegen wir Informationen mit Hand und Fuß. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, zuhören, uns Feedback geben. Also herzliche Einladung, 13. März wieder dabei zu sein. Fachleute für Fachkräfte. Kofa auf dem Sofa, der Podcast. 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 Vielen Dank.